Hallo, wir sind Onkel Fisch und wir sagen herzlichen Glückwunsch an Hamburg für 64% Zustimmung für Olympia. Eingetragene Marke. Damit wir schon mal alle sehen können, worauf sich die Hamburger freuen können, wir haben hier einen Ausschnitt des sogenannten Host City Vertrages. Den muss jeder Ausrichter von Olympischen Spielen ausfüllen und unterschreiben. Das ist hier der von Oslo. Und der ist freundlicherweise geleakt worden und wir lesen jetzt mal die schönsten Stellen vor. Genau, ganz wichtig für das IOC ist die... Eingetragene Marke. ...ist die volle Kontrolle über alle Werbeflächen in der ganzen Stadt während der gesamten Dauer der Olympischen Spiele. Eingetragene Marke. Die Ausrichterstadt muss für die IOC... Eingetragene Marke. ...spitze IOC... Eingetragene Marke. ...Mitglieder und Gläubige eigene Autos mit Chauffeur anschaffen und bezahlen. Natürlich, der übrige Verkehr sollte übrigens begrenzt werden. Das IOC... Eingetragene Marke. ...schlägt vor, die Schulen zu schließen und die Bevölkerung aufzufordern, ihren Urlaub zu nehmen. Auf sämtlichen Straßen, die von den IOC... Eingetragene Marke. ...schlitzen benutzt werden, müssen natürlich eigene olympische... Eingetragene Marke. ...Fahrbahnen eingerichtet werden. Dem normalen Volk soll die Nutzung verweigert werden. Ja, und das völlig zu Recht. Kommen wir nun zu den Hotels, in denen das IOC... Eingetragene Marke. ...absteigt. Denn hier ist es ganz besonders wichtig, dass die besonders gut vorgeputzt sind. Das ist ja logisch. Natürlich. Es soll ein möglichst großes Frühstücksbuffet mit täglich wechselnden Gerichten zugestellt werden. Zusätzlich natürlich Personal, damit die IOC... Eingetragene Marke. ...Funktionäre. ...nicht in der Bateschlange stehen müssen. Ganz, ganz wichtig ist, dass alle IOC... Eingetragene Marke. ...Funktionäre mit einem lächelndem Hotel begrüßt werden. Steht hier drin. Was soll man dazu sagen? Und im Stadion wünscht sich das IOC... Eingetragene Marke. ...während der Eröffnungs- und Abschlussfeier eine voll ausgestattete Bar. Äh, während der normalen olympischen... Eingetragene Marke. Ich wollte dir sagen, das sagst du noch Spiele. Mein Gott, ja. Äh, Wettbewerbstagen ist es okay, nur Bier und Wein zur Verfügung zu stellen. Ist doch egal, Hauptsache besoffen. Das geht jetzt hier noch so lange weiter, denn dieser Vertrag ist 7000 Seiten stark. 7000 Seiten. Und der Grund, warum Oslo seine Bewerbung für 2022 zurückgezogen hat. Für Hamburg ist das natürlich gar kein Problem. Die stemmen die Finanzierung einfach durch die Untervermietung der Elbphilharmonie. Eingetragene Marke.